so und da begrüße ich euch wieder zu einer weiteren folge world of warcraft das letzte mal haben wir einen epischen kampf bestritten und haben dabei suny verloren unseren kleinen nervigen freund und jetzt soll mir mit wolgin reden der ja mit beteiligt war und hören mal was er zu sagen hat wie kann der alte wolgin euch helfen so ich lese die quest nicht mehr vor daher werden wir wahrscheinlich nicht wirklich was erfahren deswegen dass ich hier das jetzt gerade mal ein bisschen offen damit es selber lesen können falls es euch interessiert denn wie wir sehen es ist wieder fast zwölf uhr und ich habe keine große lust bei dem gris bildschirm die kleine schrift zu lesen so ich hole mir hier mein leder quest öffnen die meerhexe ist tot die heimat zurückerobert doch die zukunft ist noch immer ungewiss ich habe nicht viel für garos übrig doch die horde zu verlassen ist keine leichtfertige entscheidung es gibt nur einen den ich fragen kann du kannst bleiben und zusehen wenn du willst sehr gern sogar da bin ich jetzt mal gespannt es ist gut durchzusehen bruder weil ich bin froh dich wohl aufzusehen es gab anders lautende gerichte in der tat versuchte man mich zu töten doch dies ist im moment nicht meine größte sorge die welt selbst ruft mich um hilfe ich brauche deinen rat mein freund ich kann gar nicht unterstützen wenn er unsere völker um des krieges willen gegeneinander aufhält mein respekt für dich schließt diese neue horde nicht mit ein ich erwäge mein volk von hier vorzuführen ich wählte garos weil er die kraft hat unser volk durch diese schwierige zeit zu führen trotz all meiner vermeintlichen weisheit hat es momente gegeben in der sich ein bruch der horde nur mit mühe verhindern ließ die pforte des zorns und unterstadt zeigten dies nur zu deutlich die horde braucht einen bewährten helden ein ork waren blutes der sich keinen menschen beugt und keinen verrat duldet ein krieger der unser volk erneut stolz lehrt garos kann dieser held sein ich habe diese entscheidung nicht leichtfertig getroffen wollten ich weiß dass unsere bündnisse darunter leiden werden und dass ich die horde unwiderruflich wandeln wird doch ich bin zuversichtlich dass garos genau das ist was wir brauchen ich vertraue auf euch und die anderen anführer dies unsere völker nicht entzweien zu lassen ihr würdet das nicht zulassen ich verstehe mein bruder ich werde darüber nachdenken und ich nicht länger belästigen du hast eine welt zu retten alter freund du bist stark und stolz junger krieger es wird den dunkel schweren eine ehre sein an deiner seite zu kämpfen die sind schwere zeiten doch wir werden teil der horde bleiben zum wohle alle ja das finde ich auch richtig spricht wahre worte wie immer die horde ist mehr als ein paar alte störrische anführer und eine handvoll helden aus nordend das volk ruft nach garos zumindest für den augenblick hoffe ich weil wird eines tages zu uns zurückkehren die zukunft scheint gerade sehr finster und sehr blutig jetzt lasse ich mal aussprechen jetzt macht die dunkel sperre stolz vor uns liegen viele schlachten und ich bin mir sicher du wirst in allen eine rolle spielen in allen da wir auch viel zu tun mein freund hier gut die geister seien mit euch wenn ich hier darf ich helfen so ich das hier wieder das hier offen wenn ihr es lesen wollt könnt ihr pause drücken und es euch in ruhe lesen so questziele meldet euch bei meister gantrin in senjin gut zehn kupfer und 45 erfahrung er wollte geister am rat fragen okay das haben ja gehört was damit frau geredet hat dann gehen wir hier mal weiter so aber bevor wir jetzt nach senjin gehen werde ich jetzt noch diese komischen krebse da killen dass ich die quest auch noch abgeben kann sonst vergessen wir das noch das wäre natürlich nicht so schön da ist gleich einer der ist auch gleich da so wunderbar wunderbar können wir alles gebrauchen hier ist noch einer ich habe doch ein ziel angewählt die sind jetzt zwar schon grau unterlegt also die bringen keine erfahrung mehr oder sowas aber die quest wird noch erfahrung bringen und gerade am anfang ist erfahrung nicht zu verachten und vor allem geld auch nicht ach wir sind ja schon fertig ach den nehmen wir halt noch mit denn geld haben wir nicht gerade häufig nicht zuhauf daher sammle ich einfach alles ein damit ich es auch verkaufen kann gerade am anfang ist es sehr praktisch alles zu verkaufen später ist es eigentlich unnütz da kann man eigentlich nur noch das was man braucht mitnehmen so geben wir noch die quest ab ich habe aber irgendwie noch keinen händler gesehen kann das sei aber ein briefkasten ah ich habe nämlich schon die ganze zeit diesen brief wie geht es denn so man ich wusste nicht wo es diesen brief äh briefkasten gibt und hier hat es auch einen händler wunderbar dann verkaufen wir erstmal alles was wir nicht brauchen brauchen wir nicht brauchen wir nicht brauchen wir nicht nein nein ach die müssen wir noch anziehen die müssen wir noch anziehen ich vergesse mal unsere quest belohnungen anzuziehen genauso wie unseren stock den ich erste in folge 3 ja in folge 3 angezogen habt ihr mir aber in folge 1 schon bekommen haben so dann kann ich auch die große gleich verkaufen so mögen die geister mit euch sein und schauen was ich für einen brief habe das ist ja bestimmt wieder ja ein kleines geschenk von blizzard ein kleines haustierchen so haustiere kann ich einen kleinen kleinen höllenhund hier beschwören ist er nicht putzig aber ich finde die raptorenbabys viel 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 süßer so wo müssen wir jetzt hin ah ja meldet euch beim meister gadrin in zen gut dann gehen wir da hin dieser weg wird kein leichter sein dieser weg wird steinig und schwer oder habe ich da etwas überlesen okay wir müssen also wirklich zu fuß denn gerade bei den zwergenquests also mein hauptcharakter ist ein zwerg gerade da kriegt man eben mit so fluggeräten der gnome kann man eben von a nach b fliegen was ich sehr angenehm finde weil da muss man nicht so viel rumlaufen das ist hier etwas anders da gemacht aber dafür sieht man hier einfach mal wieder die schöne umgebung diesen schönen himmelszelt mit dem vollmond und den sternen so dafür dass das spiel schon so alt ist und einfach diesen comic stil hat finde ich trotzdem noch richtig richtig schön es ist einfach es ist einfach wo 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 einfach sein soll aber ich muss ja echt sagen dass ich mich ja schon richtig 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 auf warcraft 4 freue ich hoffe das kommt auch die nächsten zwei drei jahre und ja da freue ich mich schon richtig also ich muss sagen ich habe kein starcraft gezockt weil also starcraft 2 weil ich einfach strategie spiele die so so in science fiction ausarten finde ich nicht so schön also ich habe auch nie wirklich gern command and conquer gespielt obwohl obwohl eigentlich das waren einfach die wegbereiter der strategie spielen aber ich habe immer schon lieber warcraft gespielt also ich habe auch den warcraft 2 gezockt orcs versus human also warcraft 1 habe ich leider noch nie gezockt das habe ich auch noch nie gefunden leider 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 würde ich ganz 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 gerne mal zocken und wie gesagt also command and conquer habe ich nie gezockt starcraft nie gezockt immer wirklich nur mittelalter oder fantasy strategie spiel das macht mir einfach mehr spaß da wollen wir jetzt erstmal nicht hin erstmal zu gut drin wer ihr seien denn ich seien sie nur so willkommen junger troll auf dann neue quest und ich lasse es wieder kurz offen damit ihr es lesen könnt so zerstört drei vorratschristen aus nordwacht und tötet zehn träger der nordwacht ok später können wir machen dann holen wir noch da die quest ihr braucht meine hilfe nein du brauchst meine küstensäuberung so wieder offen lassen erhalte fünf handvoll griecher sekret ok kein problem mein freund so wir haben auch schon auf der minimap was blau angezeigt dann würde ich auch sagen gehen wir da als erstes hin weil das grad so schön in der nähe ist das ist bestimmt ne rasselnderskopium können wir nicht gebrauchen aber die sind rot angezeigt also die greifen uns an die sind auf aggressiv gespielt äh gespielt zeige ich schon die sind einfach halt aggressiv die wollen uns an die wäsche äh an die wäsche nein ruhig hund die wollen uns nicht an die wäsche die wollen unser kopf unser fleisch da ist auch schon wieder der erste und du hast eh keine chance gegen mich und du kleiner höllenhund warum hilfst du mir eigentlich nicht finde ich ja gar nicht nett böse böse deswegen lasse ich dich auch frei tschüss so dich können wir nicht gebrauchen euch greife ich nur an wenn ich euch entweder brauche für die nächste quest oder wenn ihr mich angreift also überlegt es euch gut ich habe gesagt überlegt es euch gut wer nicht hören will muss fühlen also für 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 anfangs monster haben die schon in sich mit richtung zu reisen und sowas also ja da muss man schon ein bisschen aufpassen hier ist eine leichte von minecrofter auf welches spiel das dieser name wohl an sagen wir es anspielt wie gesagt es ist ziemlich spät ich bin nicht mehr ganz so auf der höhe es ist auch unglaublich heiß hier drin denn ich muss bei zu einem hier 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 die muss ich killen ich muss ja auch bei zu einem fetter spielen weil unsere nachbarn sind da etwas empfindlich die hören mich dann immer selbstgespräche führen und dann gibt es böses gespräch oh gott mit so viel habe ich nicht gerechnet stirb, stirb, stirb stirb, stirb, stirb 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 ja zählen muss es wo ich bin das ist ja klar und ich bin das erste mal out of mana oh mein gott dass das am anfang schon funktuell passiert hätte ich nicht gedacht und irgendwie verschwinden immer diese blöden kisten ach die die zerstören nicht selbst das ist ärgerlich gut dann nehmen wir hier mal erstmal den einzelnen und zerstören erst die kiste so und zerstören erst die kiste dass wir da schon mal drei stück haben ach die kann ja auch mit dem stock schlagen muss ich nicht mehr kostbarmes mana für die verschwinden die machen eh nicht wirklich viel schaden soo nächstes opfer nächstes opfer und und gleich hier weg sonst kommen seine freunde und hauen mich die haben zwar keine chance gegen mich aber man musste nicht unnötig kämpfen ja 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 der simur ist pazifist nein in so einem spiel natürlich nicht im echten leben natürlich also ja ja liebe kinder nicht einfach ohne grund schlagen weil gewalt ist keine lösung nichts tun aber auch nicht jetzt diese schöne arabische musik im hintergrund episch also ich finde musik in spielen sehr 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 wichtig und ich höre es mir auch echt gern an so im hintergrund klar man kann nicht einfach so während spielen drauf achten aber so wenn man jetzt hier gerade so rum steht kann man mal ein bisschen auf die musik achten und mit schönen lautsprechern oder schönen Kopfhörern kommt ja auch richtig schön rüber und neues level wunderbar level 6 sehr schön sehr schön so wieder lesen 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 so besiegt 12 truppos der nordwacht am vorderposten der nordwacht ah ok 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 wir kriegen dann einen neuen stab der macht zwar einen ausdauer weniger aber macht zwei schaden mehr alles klar hier hat es auch nochmal eine quest wunderbar wunderbar ja knie nieder vor mir was ihr wolle ich wolle also erst lesen 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 so so zerstört drei angriffspläne die beim vorposten der nordwacht gelagert werden also wir müssen alles bei der nordwacht machen später was sehr praktisch ist so jetzt mach ich aber erstmal wieder diese quest die so schön blau angezeigt wird jetzt auf der minimap ach hier wieder schön bei denen wo es die namen anzeigt die brauchen wir für die quest ganz einfach blizzard wird uns alles schön vorgekaut vor fertig so steckchen und steckchen und tot und man merkt jetzt schon wieder äh sie äh am anfang droppt jedes monster das was man braucht jetzt muss man schon ein bisschen suchen bis einer das droppt was man braucht und später wird es immer schwerer da wird die drop chancen immer kleiner ja siehste so weiter 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 vor allem sind die auch schön gelb die helfen sich nicht gegenseitig das ist nämlich kameradenschweine so kann man wirklich gesondert die in einzelnen glatt machen und bluten wieder mischt ok daneben nicht mit dem stöckchen wie viel geld habe ich 12 silber das reicht jetzt auch dass man nicht jedes mal alles mitnehmen muss wir kriegen durch quests auch schon einigermaßen was was hat mich da jetzt angegriffen ah ein hexenmeister troll eine hexenmeisterin mhm schön schön auch wenn ich hexenmeister nicht so mag sie helfen gauros ist ja auch ein hexenmeister ja sehr sehr unsympathisch also wenn ich frau gewesen wäre hätte ich auch lieber woltschen als kriegshäuptling äh ernannt der ist mir deutlich sympathischer als gauros ja ja so noch einer da haben wir das auch alle da können wir jetzt zur nordwacht gehen und dann werden wir sehen wie wir gegen die männer dort bestehen so wunderbar und ich glaube da oben brauchen trütenlehrer weil wir haben ja jetzt stufe 6 erreicht dann könnten wir doch bestimmt wieder was neues lernen muss ich mal schauen da muss ich mal ah hier buchlehrer wunderbar und wieder so ein unaussprechlicher name den schule er hat den schule komm mal her so erstmal baum im weg wieder kopf durch die wand hat jemand den arzt gerufen nein lass mich durch ich bin arzt lass mich arzt ich bin durch so neue quest lesen 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 erhaltet 6 proben der skorpion ox ja spät großer bildschirm ich kann nicht lesen erhaltet 6 proben skorpion toxin indem ihr das totem des gift extrakt der gift extraktion in der nähe eines rasselnden skorpion aufstellt das machen wir doch glatt und die tanzt hier einen erotischen tanz naja nicht wirklich erotisch das ist hier übrigens ein berufslehrer für kräuterkunde den ich mir überlege ob ich den mache also ich bin nicht abgeneigt entweder kräuterkunde und alchimier oder lederverarbeitung kirschner weiß ich noch nicht genau zwischen den beiden schwank ich und solange ich orgrima noch nicht erreiche falls ich da überhaupt in nächster zeit hinkommen überlege ich mir noch welchen beruf ich wähle wenn ihr einen speziellen wunsch habt könnt ihr natürlich auch in den kommentaren schreiben welche berufe ich erlernen soll dann werde ich natürlich danach gehen so wo war jetzt der trüdenlehrer trüdenlehrer schmann schmanenlehrer da steht bestimmt auch ein trüdenlehrer drin haha wir wissen alle schamanen und trüden ticke ticke homies wer ihr seien denn ich seien simur so wir können jetzt dornen lernen schützt einen vor einen freund mit dornen der zauber dornen fügt angreifern jedes mal naturschaden zu wenn sie mit einem nahkampf angriff treffen sorgt dafür dass dieser zauber so oft als möglich auf euch oder freunden die angegriffen werden aktiv ist wunderbar und tschüss man merkt droiden sind eine helferklasse nenn ich's mal so wir wählen uns selbst mal aus und machen dornen so siehst du jetzt haben wir so ein ding um uns rum wären das aber nur 70 sekunden hält leider also nicht ganz so brauchbar gegen größere mobs finde ich also mob gruppen finde ich es gar nicht schlecht aber so für zwischendurch nicht so geeignet so ist zum ersten skorpion ja wir gehen erst die skorpione einsammeln hier haben wir dann noch wieder unser schönes totem hier lang hier ist so schön ah hier ist auch hier kann man reiten können wir dann wahrscheinlich nach orgrimma wunderbar bis dahin kann ich mich dann auch entscheiden welche beruf ich lernen also hier können wir schön totem aufsetzen während wir in der nähe eines rasselnden skorpions sind wie nah müssen wir da sein das reicht schon so dann müssen wir ja hin ja wunderbar schon heilen so brauchen wir alles nicht ach wenn ich jetzt kräuterkunde hätte könnte ich die jetzt schon einsammeln naja ich weiß eh nicht ob ich während dem let's play wirklich meine berufe hochskille weil das kann ziemlich ziemlich langweilig werden außer ich mache das offscreen und das mag ich eigentlich an einem let's play eher weniger etwas offscreen zu machen das ist noch nicht ach ich muss den totem fast vergessen ach hat noch funktioniert wunderbar so zurecht steckchen so warum alles nicht warum alles nicht die tropen aber auch nichts was man gebrauchen kann diese Mistviecher so jetzt mal unser totem wieder bevor ich es vergesse ich sehe gerade auf der uhr wenn wir diese quest erledigt haben und abgegeben haben werde ich auch die aufnahme unterbrechen also die folge nicht die aufnahme so dass sie nicht nicht allzu lang geht weil die geht nämlich jetzt schon fast 25 minuten aber für euch mache ich das natürlich gerne malachit also grüne gegenstände immer mitnehmen das kann sich lohnen das kann sich kann sich echt lohnen jetzt nehme ich mal zwei mit mal gucken ob ich dann auch zwei ernten kann dich nehme ich mit und dich so mal schauen ob ich dann mit einem ja ja wunderbar dann haben wir die quest auch erledigt und sterb fast hier ja 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 das ist alles etwas anderes da muss ich mondfeier spammen wobei im mondfeuer sehr sehr viel mana verkauft deswegen war ich auch vorhin so schnell ohne mana also out of mana und um für die profis und der rest nochmal mit dem stäbchen schön zahnsteuer ins gesicht dann schnell die quest abgeben damit ich auch die nächste folge starten können wie findet ihr es eigentlich dass ich jede folge begrüße und verabschiede nervt euch das oder soll ich das weitermachen denn fünf ich laufe ist einfach so oft dann macht machen die dorfbewohner das für mich weil für mich wäre es einfach wirklich einfach wenn ich nicht mehr auf die u 8 müsste und einfach drauflos aufnehmen müsste dann einfach nur noch zurechtschneiden also was ist euch lieber solch weiter begrüßen und verabschieden oder soll ich ein großes aufnahme paket machen dann in mundgerechte häppchen schneiden schreibt in die kommentare oder mir privat wie ihr wollt aber hauptsache schreibt schreiben schreiben so nach danach dass ihr kommentare schreibt ja danach sehe ich mich quest beenden so und dann verabschiede mich für diese folge und hoffe ihr schaltet bei der nächsten wieder ein bis dann